Supramax, ein Patent der chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Also natürlich konnten wir die Woche etwas lockerer angehen. Es war ein bisschen gelöster, weil wir wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben in Auerbach. Das natürlich auch ein sehr schweres und kräftezehrendes Spiel war. Aber wir konnten dadurch positiver in die Woche starten und haben jetzt richtig Bock auf das Spitzenspiel gegen Greifswald FC, gegen den Spitzenreiter der Liga und haben uns sehr gut darauf vorbereitet. Jetzt war natürlich auch ein bisschen Lockerheit mit dem Training, ein bisschen mehr Spaß. Aber das darf natürlich jetzt nicht täuschen. Wir müssen trotzdem Gas geben und am besten genau nochmal so eine Leistung bringen wie gegen Auerbach, weil dann wird es auch Greifswald schwer haben, hier was mitzunehmen. Ja, der Fokus diese Woche lag mehr auf Regeneration oder liegt mehr auf Regeneration, weil wir haben ja erst gespielt und jetzt ist Freitag schon das nächste Spiel. Da haben wir natürlich auch geguckt, dass die schweren Beine wieder ein bisschen lockerer werden. Haben gestern auch nicht ganz so viel gemacht, haben uns mehr auf Torschuss fokussiert. Heute werden wir mit Sicherheit nochmal richtig aufs Spiel eingehen für Freitag und das eine oder andere taktische machen. Und ja, dann geht es morgen auch schon los und wir freuen uns riesig auf das Spiel. Die Spiele in dieses Jahr wirklich eine sehr gute Saison und stehen mit Sicherheit auch zurecht da oben. Aber man weiß auch, es ist eine sehr, sehr spielerisch starke Mannschaft und deshalb haben sie da auch vielleicht im aggressiven oder kämpferischen Spiel ihre Schwächen. Und genau darin sehe ich persönlich den Schlüssel, dass wir aggressiv im Spiel sind, in die Zweikämpfe gehen, um den Schneid abzukaufen, die Lust am Fußballspiel zu nehmen. Und ich denke, dann können wir sie auf jeden Fall knacken, weil eine harte Nuss wird es definitiv. Aber wenn wir das wieder auf den Platz bringen, was wir zum Beispiel in Auerbach gezeigt haben, dann werden es auch die hier schwer haben zu punkten. Ja, also davon gehe ich ganz stark aus. Die beiden, die ich da kenne, die wissen, wie der FSV funktioniert und die wissen auch, dass es richtig eklig sein kann, vor allem mit unseren geilen Fans im Rücken, dass es dann ein Hexenkessel werden wird. Darauf freuen wir uns schon und wir werden wieder alles raushauen. Und da bin ich auch sicher, das wird ein geiles Spiel und wir werden alles dafür tun, dass wir die drei Punkte hier bei uns behalten. Ja, kann ich definitiv was sagen, sogar sehr gerne. Das, was wir hier in Zwickau erleben von den Fans, das ist, wie ich finde, einmalig. Das ist wirklich unglaublich, was sie hier auf die Beine gestellt haben und was natürlich auch auf uns übergeht. Der Funken, der wird jede Woche auf uns übertragen, dass wir wissen, die haben wir im Rücken, da können wir Gas geben. Und was vor allen Bock zum Beispiel passiert ist, dass sie nochmal bei uns waren nach dem Training. Das ist einfach unglaublich, das motiviert. Da hat man richtig Bock, davor zu spielen und man kann sich halt immer darauf verlassen, dass sie immer hinter uns stehen. Und wenn wir alles raushauen und so, da wissen wir ganz genau, die feuern uns an, die applaudieren, die sind dann immer auf unserer Seite. Und das muss unser klares Ziel sein, dass wir den Fans auch immer zeigen, dass wir uns für den FSV zerreißen und dass sich das dann auch immer lohnen wird. Und dementsprechend würde ich natürlich nochmal ein paar Worte an die Fans richten. Kommt morgen ins Stadion, es wird ein geiles Spiel, Flutlichtspiel gegen den Spitzenreiter. Wir werden wieder alles raushauen, ihr werdet alles auf den Rängen raushauen und dann werden wir mit Sicherheit siegreich sein.